So, Vollgas. So, Herstellung. Ich baue mal das Grubenholz, gell? Äh, ja. So, so, so. Hm, da vorne, okay. Was brauchst du? Fünf Baumstämme und sechs Malholz. Zwei Baumstämme habe ich schon. Okay, das ist gut. Ich hole nochmal schnell. Wenn wir endlich mal ein... Boah, das war ja Superman hier. Einmal draufgehauen, rumgekippt. Wenn wir nämlich die Halle fertig haben, können wir uns endlich nochmal verbessern, weißt du? Wir können endlich neue Sachen machen. Oder? Ja. Ich würde mal überlegen, ob ich demnächst vielleicht, oder wenn du Lust hast, wir gemeinsam eine kleine Runde drehen. Und wir vielleicht ein paar Leute mitnehmen. Oder vielleicht sogar alle mitnehmen. Und dann oben im Norden mal diese Weizenbude da ausräumen. Oh, ja. Dann kommen wir noch weiter. Das wäre wichtig. Ja, du dann. Nächstes Mal. Nächstes Mal, wenn wir bis zur Ruhe haben, dann... So im Winter, oder so. I don't know. Mhm. So. I'm coming. Ich sammle jetzt mal das Fell in meine Kiste. Mhm. Einfach nur... Um mal acht Stück zusammen zu kriegen für die Quest. Yes. Sollen wir Bubu machen? Mhm. Ich wollte gerade erst mal Essen dann nehmen. Sollen wir gleich Planken herstellen lassen, oder? Ja, das wäre doch ein Deal, oder? Mhm. Plankenherstellung verwalten. Hartholzbrett. Bessere Qualität von Holzbrettern, die beim Bau verwendet werden. Veredelt an einer Grubenkreissäge. Normales Holzbrett, das zum Bauen verwendet wird. Veredelt von einem Holzfäller. Mhm. Aha. Benötigherstellung sieben. Benötigherstellung sieben. Das ist ordentlich. Wie viel Holzplanken wollen wir denn da haben immer? Mach mal erst mal fünf. Okay. Auffüllen, fünf Stück. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann... Was haben wir hier? Baumstämme auffüllen. Fünf, zehn Stück. Das ist auch gut. So, das Spiel ist zu Ende. So, dann... Schlafen. Ja. Ich komme. Ich komme. Ich boile mich. Grandi. Hios. Ein Tag bis zum Winter. Und dann kommen die Hios. Eins, zwei... Okay. Ja, dann würde ich mal da bleiben und eher nicht rumreisen. Mhm. Falls die Typis kommen. Ja, genau. Ich bin auch gerade relativ so... Ja. Entspannt. Und will nicht weit weg. Können die... Was brauchen die denn für das Rondel? Holz. Wir haben doch fünf Holz. Ja. Das sollten wir haben. Hm. Was ist denn euer Problem schon? Wir haben zwei Bronze-Baronen. Wir haben... Dünne Wolfspopulation. Ja, das war... Wir haben Salbe. Wir haben gebratene Pilze. Wir haben Bären. Ah, Eberhauer. Ach, scheiße. Yes. Wo gibt's? Ich weiß nicht mal, wo's Eber gibt. Ich weiß es. Das ist quasi da, wo ich immer hinreise. Ach, stimmt. Zu dieser Brücke, gell? Genau. Okay. Ja, nur so. Ich geh grad so durch. Okay. Damit ich weiß. Okay. Brause-Pfeile können wir noch nicht. Haben wir. Okay, Robust. Okay, das kann man auch machen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Okay. Okay. Ja, doch, doch. Es... Geht schon irgendwie voran. Jawollo. Ich lasse die jetzt gerade mal ein paar Rondelle herstellen. Ich versuche die grad so zu timen, dass die beispielsweise jetzt mal ein paar Rondelle machen und so Dinge aufstocken. Dass ich erst mal das mit dem Aufstocken als erstes mache. Weißt du? Und dann... Ja. Kann man ja noch immer gucken. Ich lass mal Zimmermannshammer erforschen. Mhm. Sollen sie mal machen. Ein bisschen. Wir haben keinen Hanf mehr. Ach du heilige. Ey, das gibt's doch nicht. Ich nehme ja wie gesagt als erstes das Rondelle, damit ich mich wehren kann. Ich habe Hanf mit Priorität eins drin. Das ist das, was am wichtigste... Die machen nur Flax. Hä? Ich arbeite. Kartoffel, Flax, Flax, Flax. Pass auf. Wir machen es mal so. Flax haben wir genug. Die sollen gar keinen Flax mehr machen einfach. Genau, das habe ich gerade ausgemacht. Knoblauch nehme ich auch erst mal raus. Salbei nehme ich raus. So. Einfach nur so die, damit die jetzt erst mal das Wichtigste sind. Und ich nehme Baumwolle raus, weil mit Baumwolle können wir ja noch nichts anfangen. Ach hier haben wir neun Hanf. Okay, dann spinnt irgendwie gerade die Lagerverwaltung, weil... Warum spinnt denn die Lagerverwaltung? Weil die können darauf nicht zugreifen gerade. Das wird hier nicht angezeigt. Doch, es steht dran, warten auf Abholung 9. Also es ist im Abholmodus, oder wie sag ich das jetzt? Es ist so komisch. Also bei mir steht in der Lagerverwaltung im Inventar 0, ja. Aber warten auf Abholung 9. Ja, okay, gut, das ist weird. Oh Gott, dieses Rondell ist ja süß. Mhm. Das ist ja ein Zahnstocher. Das ist ja ein Zahnstocher. Das nächste, was wir machen, ist das so. Ja, es kann sein, dass die gerade alles abholen für irgendwas. Aber die Arbeiter gerade nicht das machen, was sie eigentlich machen sollen, weißt du? Möglich, ja. Ja. Weil die rennen ja jetzt gerade hier hin. Also es fehlen noch zwei Baumstimme. Alter, 90 Holz frisst diese Konstruktion. Die Dorfhalle? Ja. Uff. 80 Holzplanken. Ey, das ist unglaublich. Deswegen wollte ich halt früh anfangen. Aber ich wusste nicht, wie schlimm das ist. Egal. Machen wir einfach. Ja. So, peu, peu, packen wir das schon. Denke ich auch. Ich hole gerade noch ein bisschen Holz. Hoppala. 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 Ich sollte das essen, bevor es kaputt geht. Ich glaube, wir haben Gegner in der Nähe. Also es ist noch nicht der Angriff. Hier ist einfach kein Hanf mehr. Mhm. Ich habe eben noch super viel Hanf abgebaut. Da ist natürlich alles jetzt da drüben. Ich bin auch noch gerade am gucken. Aber hier gibt es... Mach ihn weg. Yes. Und wir haben das Sachs freigeschaltet, endlich. Schön. Das ist wunderschön. Wunderschön. So. Ich helfe mal bei den Fallen ein bisschen. Wir wissen ja, dass das ein bisschen dauert, bis die... Bis der Angriff dann vollführt wird. Gut. Wenn du da Felle rausholst... Ja. Äh... Kannst du die in meine Truhe legen? Ja, ich habe ein paar Felle, ja. Ich sammle die für die Quest. Schwimmen die Felle sonst weg? Diese Stelle! Muss ich das verstehen? Nein. Man... Man sagt ja immer... Dinge... Also... Wenn etwas wegschwimmt... Also die Felle schwimmen weg. Ich... Okay. Nevermind. Okay. Ich dachte jetzt, du meinst wegen Wasserfelle oder so. Nein. Nein. Dann... Schonmal... Jetzt guck ich... Ist irgendwo in der Nähe... Da ist auch noch Hanf. Hä? Wieso kann ich jetzt plötzlich keine Wegpunkte mehr machen? Achso. Da schon, aber da nicht, oder? I wish I know. Ja. Übrigens, ich mache jetzt nochmal fünf Fallen, ne? Oha. Damit wir mal ein bisschen mehr hier bekommen. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen Hanf holen. Bei uns um die... Um die... Um das Eck ist noch... Ist noch... Ist noch... Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, das wäre ganz gut, weil dann bekommen wir nochmal Hanf... 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 Samen. Ja, da habe ich auch eins gebracht. Sehr gut. Weil das ist... Die Hanfsamen sind... Beim Kräuterkundler könnte man auch gucken, ob der Hanfsamen hat. Oh, da bin ich in der Nähe. Ich gehe mal zu dem Hajo gleich. Weiter runter... Hanfsamen sind ja fast noch wichtiger als der Hanf selbst. Ja, genau. Ich glaube, bei uns auf dem Feld aus einem Hanfsamen kriegst du ja wieder... Keine Ahnung. Fünf bis acht Stück raus. Ich hoffe. So ist es zumindest beim Flagsnacken. Flagsnacken. So. Ach, gut, schau mal. Ich habe noch ein bisschen Platz. Sehr schön. So, Kollege. Wo bist du? Da. Kollege. Wie viel Flagsnacken hast du? Ah. Waffe in der Hand. Alles klar. Ähm. Ich könnte beim Knoblauch verkaufen. Ne. Rübensamen, rote Beete, Samenkartoffeln, Baumsamen. Alles. Aber nichts. Ne. Okay, ich habe jetzt hier immerhin zwei... Sehr gut. Zwei Hanfsamen bekommen. That's the beginning. Ich hole jetzt noch ein bisschen Holz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine robuste Hose hergestellt. Überfall. Auf Überträume und Marsch. Kommt zusammen, wilde Recken. Stand tall and fight like hell. Move! Stellt euch zusammen, ihr kriegt Essen. Ich komme. Je. News from the Kingdom. There's always something. Wie sie da stehen. Ja, ne. So, Leute. Seid ihr ready? Ich auch. Okay. Wir hauen richtig... auf die Guschen. Alex, du müsstest dich eigentlich hier auf den Zaun stellen, so wie ich. Und den ihr dann richtig... Eine reinbrezeln. Ja, mit deinen Pfeilen halt. Woher kommen die? Dahinten. Ja, so aus der Richtung, wo ich gerade schaue. Irgendwo aus dem Wald. Wir haben nur Nahkämpfer. Nichts. Uah. Und die. Boah, danke. Ich konnte nichts dagegen tun. Okay, wir... Wir sind... Wir sind ready. Oh Gott, ich habe nichts gegessen. Alle folgen ihm. Ey, Leute. Geht mal da hinten hin. Hoffentlich lassen die den... Die Dorfhalle muss man mit dem Hammer bauen. Ah. Jetzt wissen wir, wozu wir den brauchen. Okay, das Holz ist schon mal komplett drin. Sehr gut. Weil hier steht dran Teil bauen, falsches Werkzeug. Ach, falsches Werkzeug. Jetzt... Jetzt weiß ich. Okay, wir brauchen... Wir brauchen ein offenes Feld. Weil wir fast nur Nahkämpfer haben. Nur ausschließlich. Wir haben keinen. Eieieiei. Okay. Soll ich mir auch nen Bogen holen? Nö, alles gut. Das kriegen wir, glaube ich, so hin. Ich glaube... Was? Was? Kommen die jetzt mal. Jaaa, kommt doch mal. Ich bin ready. Wir sind alle ready. Ich gucke, ob die alle gut gegessen haben. Sag mir, wenn du was siehst, dann dreh ich mich um. Dann gibt's den Nackenklatscher. Nackenklatscher. Was ist los? Achso, die sind alle losgerannt wegen dir. So, stellt euch hin. Wir warten. Lass uns ihnen zeigen, was wir gemacht haben. Lass uns ihnen zeigen, was wir gemacht haben. Lass uns ihnen zeigen, was wir gemacht haben. Ich geh mal kurz pieken. Mhm. Ich kann dann sagen, wie viele kommen werden. Jetzt klatsch Alex weg. Legolas. Okay, wir könnten hier hinten auf dem offenen Feld gegen die kämpfen. Die müssten doch da jetzt dann sein. Nö. Nö. Ne, die bewegen sich jetzt erst auf uns zu. Ich glaube, hier hinten ist es besser. Ja, holst du sie dann? Ja, komm. Hä, was sag mal, wo laufen die denn hin? Die kommen jetzt auf uns zu. Es sind mindestens zwei. Da kommen sie. Es sind drei Leute. Lass euch das mal durch den Kopf gehen, Alter. Hier. Ich weiß noch einen Nachzügler. Oh, pass auf, der schießt auch. Ja. Okay, ich greif die Bogenschützer an. Ja. Ah toke! Einer weg! Jo, beide Bogenschützen weg. Sehr gut. Und wir... Sehr gut. Wir haben sie besiegt. Haben die irgendwas interessantes dabei gehabt da hinten? Granberry, ein Riemen und Gold. Oh, der hat drei Bücher. Oh, das ist ganz nice. Ja. Ja, da haben wir es doch gepackt. Also auch wenn da drei oder vier oder fünf steht, wundert mich das eigentlich. Warte mal, ich ziehe die mal kurz zu mir. Damit wir nach vorne eilen können. Die sind dann ein bisschen schneller. Kommt, ihr wilden Ricken. Ja, vor allem die Zeitbogen schützen konnte ich richtig schön wegmachen. Oh ja, das glaube ich hier sofort. Die haben mich einmal getroffen, aber dann war auch gut. Sonst kam dann nichts mehr. So, wir haben noch einen geleuchteten Filz. So, dann legen wir mal ab. Zack, 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 zack. Nein. Wir werden nochmal Bogen schließen. Drei Handfarben habe ich. Sehr gut. Doch. Oder wenn du Lust hast, wir könnten auch zu zweit einfach mal gucken, was sich da machen lässt. Drei Handfarben hast du liksom so getan hat. Untertitelung des ZDF, 2020